Ja, das Besondere am Kaufhaus GnH hier in Walzrode ist, denke ich mal, unsere Abteilung, die wir haben. Mit der Spielwarenabteilung, der Schreibwarenabteilung, die Bücher und so weiter, die große Auswahl. Ja, ich denke mal, wir sind ein Haus für die Familie. Und wenn denn die Kunden zu mir kommen und sagen, Frau Neuhauser, ihr Team ist wirklich hervorragend, das ist natürlich das, was mich auch den Stolz macht. Jeder Tag ist eine Herausforderung. Was kommt, was müssen wir meistern? Und das macht es eigentlich aus. Handel ist also mit Menschen dann eben etwas zu tun. Das ist das Schöne.